Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Wir sind im Krieg? Ein Gastbeitrag von Sven Korte. Laut den Äußerungen unserer Medien und einiger Politiker, namentlich Herr Lauterbach und Frau Baerbock, befindet sich Deutschland im Krieg mit Russland. Diese Äußerungen sind nicht nur fahrlässig, sie sind verdammt nochmal gefährlich. Wie gefährlich, ist den meisten Menschen wahrscheinlich nicht einmal bewusst. Wenn man die politischen Dimensionen, die solche unbedachten Aussagen implizieren, mal außer Acht lässt und sich ganz sachlich auf die Fakten konzentriert, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass hier die vorliegenden Tatsachen entweder bewusst oder unbewusst völlig ausgeblendet werden. Man muss sich doch nur die Aufnahmen aus dem Ukraine-Krieg anschauen, dann sieht man immer wieder, mit welcher Intensität die Kämpfe geführt werden. Besonders die Artillerie, die derzeit eine Art von Renaissance zu erleben scheint, spielt bei den Kämpfen eine übergeordnete Rolle. Beide Seiten feuern Schia unablässig mit Artillerie und Raketen auf die Stellungen des Gegners. Wie intensiv die Kämpfe sind, kann man daran ableiten, dass die Ukrainer bereits vier Wochen nach Erhalt der deutschen Panzeraubitzen 2000 meldeten, dass die Geschützrohre verschlissen seien. Die hohe Dauerfeuerrate forderte eben seinen Preis und für so eine intensive Nutzung sind die Geschütze offenbar nicht ausgelegt. Scheinbar hat bei der Konstruktion niemand daran gedacht, dass die Haubitzen mal wirklich in einem Krieg kämpfen müssen. Was das für einen Rückschluss auf die übrige Ausrüstung der Bundeswehr zulässt, sei jedem selbst überlassen. Befände sich Deutschland unvermittelt in einer ähnlichen Lage wie die Ukraine und diese leider sehr reale Möglichkeit sollte man im Hinterkopf behalten, würde sich das Problem des Rohrverschleißes für die Bundeswehr erst gar nicht stellen. Der Grund ist ebenso einfach wie erschreckend. Deutschland verfügt lediglich über einen Munitionsvorrat für ein bis zwei Tage im Kriegseinsatz. Sowohl die Vertreter der Rüstungsindustrie als auch Verteidigungsexperten in der Politik bestätigen diese Tatsache. Dabei ist das Problem wohl bekannt und die Ausbildung unserer Soldaten leidet seit Jahren darunter, ebenso können Manöver nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Bei der Truppe beschwert man sich seit über 25 Jahren wegen dieser unhaltbaren Zustände. Laut NATO-Vorgabe müsste übrigens eine Munitionsreserve von mindestens 30 Tagen im Kampfeinsatz vorhanden sein. Hinzu kommt, dass die immer noch im Gebrauch befindliche Berechnungsformel für den täglichen Kampfsatz an Munition völlig veraltet ist. Die Einsätze in Afghanistan und Mali haben immer wieder gezeigt, dass die Bundeswehr zu wenig Munition für ihre Soldaten im Gefecht bereitgestellt hat. Die Verbündeten, allen voran die US-Amerikaner, haben ihre Berechnungen angepasst und die Menge des Kampfsatzes erhöht. Sie haben die Munitionsmenge nicht nur verdoppelt, sondern verfünffacht. Deshalb kommen die Soldaten der Verbündeten auch nicht in die Verlegenheit, dass ihnen mitten im Gefecht die Munition ausgeht, so wie das bei unseren Soldaten in Afghanistan leider der Fall war. Ohne die zufällig vorbeikommenden Amerikaner hätten unsere Soldaten ziemlich blöde dargestanden. So haben die Verbündeten ihnen mit Munition aushelfen können. Das ist kein Gerücht, sondern leider ein Fakt. Halten wir also fest. Deutschland hat viel zu wenig Munition für seine eigenen Streitkräfte und liefert darüber hinaus auch noch Waffen und Munition an die Ukraine. Auf der Seite der Bundesregierung kann man die Lieferungen nachverfolgen. Darunter fallen unter anderem 167.000 Schuss Handwaffenmunition, 1.592 Schuss Artilleriemunition 155 mm konventionell, 255 Schuss Volcano Artilleriemunition 155 mm, GPS gelenkt mit einer Reichweite von über 100 km, 30.000 Schuss Munition 40 mm für zum Beispiel Granatmaschinenwaffen. Im Gespräch mit Business Insider bemängelt Hans-Christoph Arzpodien, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV, offen diese Zustände. Natürlich wird sich diese Situationsbeschreibung nicht verbessern, wenn Munition aus Beständen der Bundeswehr abgegeben wird und nicht zugleich entsprechende Aufträge an die Industrie vergeben werden. Wie viel Munition tatsächlich fehlt, sagte Eva Högl, Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Wir bräuchten allein 20 Milliarden Euro zusätzlich für die Munitionsbeschaffung. Gleichzeitig gibt es nicht genügend Munitionslager. Das zeigt, hier braucht es noch eine große Kraftanstrengung. Experten sprechen davon, dass ein Gesamtpaket von bis zu 30 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 notwendig sei. In der Rüstungsindustrie ist man wegen dem Verhalten der Bundeswehr in Frage der Munitionsbeschaffung irritiert. Industrievertreter berichten, dass man nach Russlands Intervention in der Ukraine angeboten habe, schneller und mehr zu produzieren, etwa in Fabriken in den Dreischichtbetrieb zu wechseln. Bisher gäbe es aber keine nennenswerten Bestellungen für die Bundeswehr. Aufgeschreckt von dem Krieg in der Ukraine bestellen nun Länder in ganz Europa Munition für ihre Streitkräfte und die Nachfrage steigt somit schneller, als die Produktion liefern kann. Sollte Berlin bestellen, wird man sehr lange auf die Lieferungen warten müssen, denn eine Lenkwaffe zur Panzer- oder Luftzielbekämpfung kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Die Herstellung dauert Monate, bei komplexeren Systemen wie etwa Fahrzeugen sind Jahre einzuplanen. So sind nun einmal die Fakten. Daran ist nichts zu deuten. Die Bundeswehr verfügt weder über genügend Munition noch über die funktionierenden Hauptwaffensysteme in ausreichender Zahl, um auch nur ihrem Grundauftrag nachzukommen und der lautet schlicht, unsere Heimat zu verteidigen. All dies wird von den Medien und der Politik ausgeblendet. Stattdessen ergeht man sich lieber in einer Art der Propaganda und Hetze, die an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte erinnert. Es wird höchste Zeit, dass in unserem Land wieder Vernunft und Sachlichkeit regieren. Immerhin, bis Jahresende sollen noch 19 sogenannte 50 Millionen Vorlagen geplant sein. Mit diesen Vorlagen werden Beschaffungsprojekte bei der Bundeswehr gestartet. Ob das ausreichend ist, mag dahingestellt sein. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.